So meine lieben Filmfreunde, auf diesen Tag haben wir lange gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt gibt es endlich handfeste News zu The Abyss, Aliens und auch True Lies. Auf der Seite von SlashFilm.com gibt es einen wunderbaren, ausführlichen Bericht mit allen Informationen, auf die wir Filmfans schon seit Ewigkeiten warten und da ist es dann so, dass James Cameron mal locker die Blu-ray Premiere von The Abyss und True Lies überspringt und gleich mit 4K eben den Heimkinomarkt füttern wird. Zunächst werden am 12. Dezember 2023 The Abyss und auch True Lies digital erhältlich sein und dann am 12. März 2024 ist es soweit. Dann finden die Filme auch endlich den Weg in die Heimkinos. Zumindest in den USA ist dieses Datum jetzt hier mal fest angegeben worden. Aber ich denke mal, dass das bei uns in Deutschland auch ungefähr zeitgleich sein wird. Wir haben auch ein paar Informationen zur Ausstattung der einzelnen Veröffentlichungen. Und zwar wird es hier selbstverständlich HDR mit Dolby Vision geben. Dann haben wir auch noch eine Dolby Atmos Tonspur und dann wird es auch noch neues Bonus Material mit dazugeben. Bei The Abyss wird das ein Gespräch mit James Cameron sein, wo er nochmal das Projekt Revue passieren lässt und noch ein bisschen über einige Mythen über die Produktion sprechen wird. Außerdem gibt es noch das Erbe von The Abyss und zwar geht es darum, wie der Film auch heute noch andere Filmemacher beeinflusst. Also das klingt doch schon mal richtig spannend. Dann haben wir auch noch zu True Lies etwas neues Bonus, etwas neues an Bonus Material und zwar Angst ist keine Option. Ein Rückblick auf True Lies. Hier gibt es einen Blick hinter die Kulissen eben und wie die Stunts gemacht wurden, welche Technologie zum Einsatz kam und wie die Gags auch geschrieben wurden. Außerdem gibt es noch eine Bildergalerie mit jeder Menge exklusiven Dokumenten hinter den Kulissen. Also das klingt natürlich ganz spannend, dass man auch hier nochmal in die Produktionsgeheimnisse von True Lies eintauchen kann. Das ist doch wunderbar. Aber das ist noch nicht alles, denn ewig warten wir auf irgendwelche Neuigkeiten zu diesen Veröffentlichungen und dann wird man völlig überschwemmt und überflutet mit News, denn es gibt auch noch ein paar News zu Avatar, dem ersten Teil. Hier wird es noch eine neue Collectors Edition geben, wie wir das Ganze hier sehen können. Ab dem 12. Dezember in den USA erstmal digital erwerblich und dann ab dem 19. Dezember gibt es dann hier diese neue Collectors Edition. Es wird noch eine extra 3D Blu-ray geben und dann gibt es noch ein Best Buy exklusives Steelbook zum ersten Teil. Das sehen wir hier und auch neues Bonus Material ist dann hier mit dabei und zwar eine Präsentation hinter den Kulissen moderiert von John Landau. Und dann gibt es noch ein paar Promos, die auch moderiert wurden. Hier sehen wir nochmal dieses Steelbook und das sieht richtig geil aus. Auch der Innenprint ist hier mega geil gewählt. Gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir hier nochmal diese Collectors Edition. Insgesamt sind hier vier Disks am Start und die kommen in einer Art Digi-Pack daher. Der einzige Nachteil, den ich hier sehe, sind eben diese Einschübe, diese Eingriffe hier, dass man die Disks wahrscheinlich rausziehen muss. Das ist natürlich alles andere als optimal. Vier Disks sind am Start. Eine genaue Aufstaffelung haben wir hier nicht. Ich gehe mal von einer 4K aus, einer Blu-ray und einer Bonus Blu-ray. Dass hier eine 3D Blu-ray mit dabei ist in dieser Collectors Edition, das habe ich jetzt aus dem Bericht nicht rausgelesen. Ich meine das so verstanden zu haben, dass es die 3D Blu-ray dann extra dazu zu erwerben gibt. Und das wird sich dann hier eben noch zeigen, wenn diese Editionen einzeln in den Shops mal gelistet sind, dass wir das dann anhand eben der Produktinformationen nochmal rauslesen können. Aber an sich schon mal eine tolle Sache. Avatar 1 wurde ja zuletzt erst neu aufgelegt in 4K. Da erschien ja eine Keepkits-Variante mit Schuber und für alle, die sich diese Edition noch nicht in die Sammlung geholt haben, wäre das eventuell eine Alternative. Oder dieses Dealbook, das vorerst nur bei Best Buy erscheint. Kann aber gut sein, dass es das auch zu uns schafft. Und dann haben wir noch Avatar The Way of Water. Der Film wird zeitgleich eben mit dem ersten Teil hier nochmal in einer Collectors Edition neu aufgelegt. Auch hier wieder 4 Disks mit am Start. Und da haben wir dann auch die Bonus Blu-ray dabei, die es ja bei uns auch hier in die Veröffentlichungen geschafft hat. Da gab es ja zwei Steelbooks. Eine 3D plus Blu-ray Steelbook-Veröffentlichung und eine 4K plus Blu-ray-Veröffentlichung. Und auch hier konnte ich nicht wirklich entnehmen, ob hier die 3D mit dabei ist oder nicht. Ich glaube aber nicht. Lasse mich aber gerne natürlich eines Besseren belehren oder positiv überraschen. Ansonsten sieht das echt geiler aus, als das Dealbook hier. Also mega cool von den Farben her. Und auch hier leider wieder so zum Rausziehen. Also das sind doch mal wunderbare News. Hier vor allem The Abyss und auch True Lies. Und dann endlich circa März 2024 im deutschen Heimkino erhältlich. Auf 4K und dann auch auf Blu-ray plus Digitalkode. Den wird man höchstwahrscheinlich weglassen bei uns. Und zu The Abyss gab es ja zuletzt einen Trailer. Den habe ich schon im Community-Tab geteilt. Und den verlinke ich euch selbstverständlich unten nochmal in der Videobeschreibung. Der Film kommt ja Anfang Dezember nochmal neu in den Kinos. 4K restauriert in den USA. Mal gucken, ob es der auch zu uns schafft. Wäre mal eine geile Sache. Also nicht nur Sharknado in 4K. Hier bitte zum 10-jährigen Jubiläum veröffentlichen im Kino. Und nochmal neu aufführen. Sondern bitte auch The Abyss. Das ist nämlich auf jeden Fall ein Film, den man auf der großen Leinwand genießen sollte. In diesem Sinne soll es das jetzt gewesen sein mit den News. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald meine lieben Filmfreunde und Servus.